Hallo, ich bin der Rudi und heute gibt's etwas für die Freunde der Blasmusik und zwar das kurze, aber knackige Schlagzeug-Solo von Die Sonne geht auf von Rudi Fischer. Ich wurde ein paar mal gefragt, ob ich etwas dazu sagen kann oder wurde angeschrieben, wie das denn eigentlich funktioniert und es ist tatsächlich so, dass das ganz schön happig ist und dadurch, dass es auch echt schwer ist, hört man es leider Gottes auf YouTube nicht allzu häufig richtig, aber ich habe dir mal eins, wo man es wirklich auch gut hören kann, unten verlinkt. Das Wichtige ist erst einmal, dass man es richtig mit den Akzenten hat und zwar, das ist die Hauptsache an diesem Solo. Doch bevor wir loslegen, lade dir doch das PDF, das zugehörige von meiner Homepage noch herunter, denn da gibt es eine kleine Übeanleitung. In der ersten Übung habe ich dir hingeschrieben, klatsche den Puls und spreche die Akzente. Das Wichtige hier ist, es ist in dem Allerbrevetakt. Das heißt, der Takt wird auf zwei gezählt. Eins, zwei, drei, vier. Das wird gefühlt und dirigiert und darauf die Akzente. Klingt folgendermaßen. Eins, zwei, ba, 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 boom. Und jetzt kannst du noch für das Becken und die Bassdrum andere Klänge nehmen. Zum Beispiel, ching, boom. Klingt dann folgendermaßen. Eins, zwei, ba, 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 ching, boom. Und so bekommst du schon mal den Hauptpuls, die Hauptakzente, die Melodie, mal von diesem kurzen Solo mit. Das ist soweit noch nicht wahnsinnig schwer. Dann kommt Schritt Nummer zwei. Mache im Endeffekt das Gleiche, aber spreche den kompletten Rhythmus. Weil, wenn du es sprechen kannst, kannst du es auch hören und dann kannst du es in der Regel auch spielen. Dann musst du nur ein bisschen die technischen Fertigkeiten noch dazu und die Bewegung am Set trainieren. Dann klingt das Ganze folgendermaßen. Bisschen langsamer. Eins, zwei. Und noch einmal. Hier bekommst du dann wirklich den ganzen Rhythmus mit. Und wenn du gewohnt bist, das zu sprechen, kannst du auch mal dazu laufen, weil beim Laufen merken wir noch besser als beim Klatschen, ob wir schneller oder langsamer werden. Und da gibt es eben die Gefahr, dass man zum Beispiel am Ende bei der Vierteltriole zu schnell wird und zu früh fertig ist. Oder viel zu langsam ist. Wenn wir in zwei denken, ist das exakt eine Achteltriole gefühlt. Mehr ist es nicht. Okay? Und so einfach wirklich sprechen lernen. Und im nächsten Schritt kommen die Handsätze dazu. Jetzt in Nummer drei gilt es erstmal nur den Handsatz ohne die technische Voraussetzung des Wirbels zu spielen. Ich mache mir dann immer eine Einteilung. Wie genau wirbel ich jetzt in was für einer Unterteilung? Und hier bietet sich bei diesem Solo das an, wirklich in Achteln durchzuspielen. Das ist ein einheitlicher Puls in Sechzehnteln oder in Triolengörbeln. Das wird alles wahnsinnig hektisch und passt hier nicht wirklich hin. Bei meiner Notation ist es so, wenn du die Zeile siehst, alles was unter der Zeile ist, ist die rechte Hand. Alles was über der Zeile ist, ist die linke Hand. Und dann erkennst du gleich, es ist eigentlich immer schön abwechselnd gespielt, außer den Triolengruppen. Da machen wir es uns hier zur Regel, dass wir die Triole rechts, links, links spielen. Und dann haben wir nämlich in der rechten Hand immer schön einen Impulsschlag. Und das ist eigentlich hier die cleverste Alternative zum Spielen, wie ich finde. Dazu schauen wir uns mal nur an, wie das ist, wenn ich jetzt einen Takt lang durch Achtel mit rechts führend im Wechsel spiele und dann Achtel Triolen einen Takt lang mit der linken Hand doppelt schlägen. Das ist folgendermaßen. Eins, zwei, drei, vier. Das solltest du auf jeden Fall drauf haben. Und jetzt gucken wir uns an, wo wir das denn eigentlich vorfinden. Das ist lediglich im ersten Takt am Ende. Es sind zwei Achtel, die noch vom Wirbel kommen und diese Triole. Jetzt schauen wir uns dann den Handsatz mal an. Lediglich mit der Verteilung, schon mit Becken und Bassdrum auch dabei, aber ohne Akzente und ohne Wirbel. Und das denken wir auch erst einmal in vier. Und das sieht folgendermaßen aus. Eins, zwei, drei, vier. Wenn du das drauf hast, nehmen wir den Zweierpuls und die Akzente mit dazu. Aber das Ganze wirklich in einem langsamen Tempo. Das gehört immer dazu, dass man langsam sich das richtig erarbeitet. Oftmals denkt man sich, schneller geht es doch leichter, aber schnell kriegen wir dann unsere Verspieler nicht mit. Und deshalb müssen wir langsam gucken, dass die Bewegung aufgebaut wird. Ich beginne hier im halben Tempo 60. Eins, zwei, eins, zwei. Hier kommt noch eine Besonderheit hinzu, an die du dich gleich gewöhnen solltest. Und zwar, das Crashbecken wird abgedämpft. Das macht einfach wirklich Sinn, dass man es nicht durchklingen lässt. Weil man hat ja sofort auch ein Decrescendo hinten dran. Dann ist eine schöne leise Stelle. Und wenn das Becken nachklingt, dann ist das einfach wirklich störend. Und man hört auch tatsächlich in Aufnahmen, dass es weggedämpft wird. Wenn es vor allem auch auf drei Leute aufgeteilt ist, ein kleiner Trommel, ein großer Trommel und ein Beckenspieler, ist es gar kein Problem. Und hier einfach daran gewöhnen, dass du nach dem Schlag sofort bei dem Crashbecken nicht wieder zurück zur Snare gehst, sondern zuerst die Finger reinnimmst und so weit wie möglich runterdämpfst. Und dann sieht die Bewegung folgendermaßen aus. Eins, zwei, eins, zwei. Jetzt haben wir schon ein recht gutes Fundament und jetzt gehören die Prallereien. Das ist in der nächsten Übung der Fall. Da habe ich dir dann reingesetzt. Es ist exakt der gleiche Handsatz, nur eben die einzelnen Schläge, die geprallt werden sollen, sind markiert mit solchen sogenannten Abbreviaturbalken. Und dann klingt das Ganze folgendermaßen, auch in Tempo 70. Eins, zwei, eins, zwei. Jetzt beginne langsam, am besten in zweier Schritten das Tempo zu steigern. Warum in zweier Schritten und nicht größer? Ganz einfach, dein Körper wird langsam herangeführt und ein zweier Schritt, also von 70 auf 72, 74 und so weiter, kriegt der Körper nicht so extrem mit und es fühlt sich erst mal genau an wie die Geschwindigkeit davor. Aber wir wissen, wir haben es metronom schneller eingestellt, also werden wir auch schneller. Wir kommen unserem Zieltempo immer ein Stückchen näher. Aber wir haben eben immer die Erfolgserlebnisse, dass wir es auch im nächsthöheren Tempo auch gut mitspielen können. Und dazu nehmen wir jetzt auch noch die Dynamik. Das heißt, die ganze erste Strecke ist ein Crescendo bis hin zur großen Trommel, das ist der lauteste Schlag, und dann ein schönes D-Crescendo. Und dann klingt das Ganze folgendermaßen. Eins, zwei, eins, zwei. Wichtig ist hier auch, dass in den langsamen Geschwindigkeiten der Wirbel jetzt erst mal nicht richtig rund klingt. Lass dich dadurch nicht irritieren. Das ist ja nicht das volle Konzerttempo, sondern das ist ein Übetempo. Da klingt der Wirbel halt erst mal nicht ganz so rund, aber in der hohen Geschwindigkeit wird es dann richtig glatt laufen. Wichtig ist hier auch, dass du dir deine Erfolge mit aufschreibst. Und dazu nehme einfach entweder einen Zettel und schreibe deine Tempofortschritte auf. Beziehungsweise, wenn du möchtest, auf meiner Homepage gibt es eine Übehilfe zur Temposteigerung. Die kannst du dir dort gratis herunterladen. Und dann höre dir die Musik an. Am besten diesen Link, den ich unten gesetzt habe, weil da wird dieses Solo definitiv richtig und schön gespielt. Allerdings, so wie ich vermute, aufgeteilt auf drei Spieler. Aber, wie du siehst, es ist auch machbar, wenn du alleine am Drumset bist. Noch zwei Tipps oder Ideen kurz zum Schluss. Achte darauf, dass deine Snare-Drum wirklich Blasorchester-tauglich ist in diesem Fall. Wenn ich jetzt mit einer tiefen Rock-Pop-Snare spiele, dann kriege ich einfach den Sound nicht raus, den man gerne haben möchte. Das heißt, ich habe hier einen relativ flachen Kessel auch. Und sowohl Snare-Schlag wie Resonanz-Fell. Wirklich bretthart angespannt. Und zusätzlich verwende ich auch noch recht dünnistisch. Also richtig sehr dünnistisch. Und das finde ich für Blasorchester ein hervorragender Stock. Von der Würmer Vic Firth, das Modell von Peter Erskine. Ein ganz dünner Stock mit einem runden Kopf. Und der Perl schön, der springt schön. Und das Fell, wenn das richtig bretthart gespannt ist, gibt auch noch viel Rebound her. Das ist gerade wichtig für die Triolenstelle, wenn ich spiele rechts, links, links. Da muss ich einfach nur noch die Hand leicht öffnen und der Stock springt von ganz von alleine. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Die Sonne geht auf. Tschüss, dein Rudi.